Teil 20 Der lässig an die Rückseite eines der schwarzen Ledersofas für Besucher lehnte Der junge Mann nickte kurz in Richtung Damentoilette Die Frau ging zum Gebäudeplan der Tate Modern und studierte ihn scheinbar interessiert Es dauerte ein paar Minuten, bis Britta zurückkam Carlo winkte sie zu sich Schau dir das Hummertelefon noch einmal allein an Ich gehe schon mal ins Café und bestell uns Espressi Sagte er laut und deutlich Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange und flüsterte Es sind zwei Das Café hatte gläserne Wände Carlo setzte sich Er kam sich wie auf dem Präsentierteller vor Allerdings konnte auch er alles beobachten Der junge Mann blieb am Eingang stehen Und vertiefte sich in die Speisekarte Carlo hatte ihn erwartet Mach kein so grimmiges Gesicht Sagte Britta Riss zwei Zuckerpäckchen auf und schüttete alles in ihren Espresso Wir haben nichts angestellt Sie überprüfen uns und in ein paar Tagen haben wir sicher wieder unsere Ruhe Meinst du, sie verwandzen unsere Zimmer? Fragte er Wahrscheinlich Sie trank einen Schluck Wenn du nicht willst, dass sie mehr über dein Privatleben herausfinden, musst du vorsichtig sein Denk auch an E-Mails, SMS und Telefongespräche Sie kommen an alles ran Britta kratzte sich hinterm Ohr und räusperte sich Ich schlage dir was Ungewöhnliches vor Wir spielen für einige Tage ein Pärchen Unsere Kollegen nehmen so oder so an, dass zwischen uns was läuft Nur um es von vornherein klarzustellen Ich mag dich total gern, aber ich bin nicht in dich verliebt Carlos' Gesichtsmuskeln entspannten sich Fast konnte man von einem Lächeln sprechen Mir geht's genauso Ich weiß, sonst hätte ich dir so etwas nie vorgeschlagen Falls sie uns für ein Paar halten, schnüffeln sie vielleicht nicht ganz so tief in unseren Beziehungskisten rum Was mir persönlich im Moment sehr recht wäre Und dir wahrscheinlich auch, oder? Ja, aber... Er verstummte Britta hatte einen kritischen Punkt angesprochen Sein Privatleben ging niemand etwas an Ein Paar zu spielen fand Carlo allerdings ganz und gar nicht verlockend Nein, das war nicht seine Art Er schaute Britta an Sie wirkte so angespannt, fast unglücklich Naja, wenn es für sie so wichtig war, könnte er ihr den Gefallen tun Es wäre ja nur für ein paar Tage, oder? Bevor die vielen Neins zu laut wurden, drängte er sie kurzerhand zurück Und nahm ihre Hände ins Seine Von mir raus Versuchen wir Theater zu spielen Aber vergiss nicht Es war deine Idee Baldwins Büro Sonntag, 13.30 Uhr Blue und Green waren vor zwei Stunden problemlos durch das Stromnetz in das Hochsicherheitsgebäude eingedrungen Der Bürodschungel war viel zu groß, um dort auf gut Glück eine Spur zu finden Deshalb checkten sie die Verwaltung In den Personalverzeichnissen waren sie jetzt endlich fündig geworden Henry Baldwin Der Typ ist Chef des Labs Und hier steht, dass seine Abteilung die Verantwortung für den Computerkontrollraum innehat Das passt Signalisierte Green Das Büro war leer Ein Mahagoni-Schreibtisch beherrschte das Zimmer Hinter ihm thronte ein plattgesessener Chefsessel Regale mit Büchern und Aktenordnern verdeckten die Wände Am Fenster stand eine braune Ledergarnitur und eine kleine, feine Bar Daneben war ein Blumenständer mit akkurat gestutzten Bonsai-Bäumchen Der Laptop auf dem Schreibtisch war im Schlafmodus Blue stupste die Enter-Taste Der Screen zitterte Eine Textdatei erschien auf dem Monitor Verblüfft lasen sie Baldwins Bericht für den Chef des MI6 Red ist in Labor 22 und wird übermorgen nach Oxford verlegt Na wer sagt's denn? Wir bekommen die Informationen auf dem silbernen Tablet serviert Green strahlte Freudenwellen aus Warum haut sie nicht einfach von hier ab? Blockte Blue und hob seine positiven Schwingungen mit einer perfekten Überlagerung auf Du warst auch schon mal besser drauf Statt einer Antwort verbreitete Blue fiese High-Pitched-Wellen Fang jetzt nicht an rumzuzicken Und außerdem kann ich die Frage nicht mehr hören Darüber haben wir schon tausendmal diskutiert Wir wissen es nicht und Schluss Gab Green zurück Sorry, stoppte Blue die Aktion kleinlaut Sie wusste selbst nicht so genau, was da gerade über sie gekommen war Schon gut Green war nicht sauer, nur besorgt Blues Nerven lagen blank, leider Sie hatte Angst und damit konnte sie überhaupt nicht gut umgehen Er las den Bericht zu Ende Verdammt! Die geheimdienstinterne Spezialabteilung sollte Reds auftauchen aufklären Mist! Ein Knacken schreckte die beiden auf Ein hagerer Mann betrat das Büro Er trug volle Montur und glich weder der Beschreibung noch der Porträtaufnahme in Bordwins Akte War der Öffnungsmechanismus der Tür defekt? In Vauxhall löste nur ein abgeglichener Scan vom Daumen und von der Iris der berechtigten Person Die elektronisch gesteuerte Sperrung einer Bürotür Das biometrische Erkennungssystem war ganz offensichtlich manipulierbar Der Techniker schaute sich nicht einmal im Raum um Er ging direkt zur Steckdose neben der Ledercouch Entfernte eine Verblendung Nestelte ein paar Minuten mit einem Gerät in der Öffnung Es knackte und knirschte Er stülpte die Verblendung wieder darüber Und verließ so leise wie er hereingekommen war den Raum Was war denn das? Green sendete die Worte auf Ultrahalbwelle Eine Hyperfrequenz, die kein Mensch kannte Er befreite sich aus dem Blättergewirr des Bonsais Hier ist was faul, lass uns abhauen Kam es aus der Bar Green musste zweimal hinsehen Blue hatte exakt die Farbe der Blue Curaçao-Flasche angenommen Hinter der sie sich verschanzt hatte Ihr Chamäleon-Trick Sie überreagierte Warte! Green prüfte die Steckdose An der Dose hängt eine Überwachungsanlage Der Typ hat sie aktiviert Check mal schnell und gründlich die Computer der Spezialabteilung Wir müssen wissen, was gespielt wird Okay, und du? Was machst du? Ich schaue mich im Labor um Das war Teil 20 von Scromax London Die Suche Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de Bysичig Sie Vielen Dank.